Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ups, jetzt ist mich aufs Mikrofon gekommen. Ups, in einer weiteren Folge. Ups, die Pantenschau. Hier auf Uno. Jawohl. Okay, warte mal, selber direkt mal wieder andersrum, die Sau hier. Alles klar, Digga. Geht da schon wieder los. Oh, er kann nicht. Solang ich nicht ziehen muss, ist das Alter. Wie lange hast du noch gelb? Bisschen. Meine Fresse, ey. Hat aber nicht lang gehalten. Warum soll ich da bleiben, wenn ich jemanden aussetzen lassen? Verdammt. Ja. Ich kriege ... Der Rot ist blau. Danke. Auf. Das auch. Das auch? Gelb und 2 ziehen ist noch unschöner. Sorry. Ernsthaft? ja da darfst du deine route selber ausspielen du ähre die dreckstau aber nicht so viele nicht so viel dass ich mich nur zu lachen wenn du wüsstest was ich für karten hätte würdest du jetzt nicht zu das war so klar dass ich schon wieder 20 nach und der am zug ist ja aber schnell wasser und schöne karten oder wir haben ziemlich auswahlen ja das ist ungünstig ausgerechnet grünes ich hab mich mal ein bisschen du bist so nicht jotz die auswahl ziemlich klein ach scheiße ich danke dir wieso machst du das ich habe ja schon so viel wenn du die richtung änderst dass ich war das auch gerne mal ziehen hey so war nicht gewettet ich treffe die scheiß karten nicht hier ich treffe es nicht ich kann es nicht nehmen oh nein ich kann es nicht auswählen moment ich hasse euch alle scheiße du musst nachlegen der pen hat nur noch eine karte ich schweine rücken ja flu jetzt geht er schon wieder los die karten die auswählen ist doch aber einfach bei mir ging es jetzt nicht wirklich nicht ich konnte nicht auf gelb ging nicht immer weg geflutscht ich habe Angst dass ich jetzt die falschen karten verdammt ich kriege die falschen karten ja was machst du denn das war gut also ok sonst hätte ich mich auch durch die 22 karten gewurschtelt bero hat der ort ich glaube nicht so oder doch doch ja ist gut ich wollte dir noch gar nicht legen du penner automatisch weiße immerhin habe ich jetzt in jeder verschiedene farben ist sie 26 aber guck doch noch 30 zusammen kriegst ja ganz toll schöne karten habe ich gehört darf die anfassen ja aber ich kann nicht anklicken wieso das ist doch die maus ja siehst du wenn ich muss langsam mit der maus drüber gehen dann geht das doch ja ja was denn hast du gelb komm her du hässliche karte die musik ist ja episch hier gerade so fast noch schon als mein kopf muss ich also richtige casino mucke ja kann ich mir vorstellen wenn ich abends müde im bett liegt zum unterkommen fängt dich einfach meine karten nimmst du hast du wieder völlig aufgedrängt da hat es wohl jemand geweigert zu ziehen hey ich habe so viele karten ich weiß gar nicht was ich gegen das gut aber der meinte das ist überhaupt nicht gut wenn du zu rot wechselst lohnt sich das für mich blau hingegen ist scheiße äh sorry aber verlass ich gleich karte crazy hast du den blau gehabt weiß ich nicht lässt doch farben blenden das ist doch nicht mehr normal ja ja danke das finde ich jetzt das offiziell beste was es gibt das scheiß das ist das offiziell schlechtste was es gibt das ist aber das geschmacksache denke ich da kann man immer drüber schreiten ich habe zwei sieben ich tüte politisch die karten immer weniger ich habe nichts mehr das dieses spiel ja das gefällt mir nicht ja ja aber ja garstig was die selben vibe gelb hat fast keiner ist auf dem virus hat noch nicht blau rückwärts ohne vergessen doch einfach mal kacken man jetzt kann ich die übernehmen das ist doch ja ja ich weiß die 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 karten aber ja aber kaum ist die los gibt es wieder einen ruf das ist sehr unsexuell ja wen willst du denn aus mich dann lasst mal sehen wie gut es ist ja ich bin jetzt allein oder was das interessiert mich hat 20 oh mein gott die richtung ich kann gleich vier mal nachher ziehen du hast mich schon genug jetzt gequält wie legen die ein anderes virus oder so wir musik wählen ja jose 20 die richtung gewechselt hier ist aufziehen ja macht ihr nun mal weiter eure spielchen also ich sag dazu nur ohne ohne ihr seid solche affen noch eine runde